Durch die praktische Form des Zahnputzträgers können Sie ganz einfach elf Zahnputzbecher mit einem Griff transportieren. Die Becher sind inklusive, sie sind sehr robust und Waschmaschinen geeignet. Sie können die Becher zum Beispiel mit verschiedenen Aufklebern kennzeichnen, sodass die Kinder sie unterscheiden können. Haben die Kinder ihre Zähne geputzt, so können sie das Ganze wieder mit einem Griff ganz einfach in dem Schrank verstauen.